Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und neben mir sitzt Rechtsanwältin Tatjana Offanarko. Hallo Tatjana. Hallo Christian. Sie ist bei uns fürs Verkehrsrecht zuständig und heute wollen wir uns mal über einen Punkterabatt in Flensburg unterhalten und wie man Punkte dort abbauen kann, aktiv abbauen kann, ab wann das losgeht, ab wann man mit dem abbauen beginnen kann und wie das genau funktioniert. Vielleicht kannst du erstmal die Grundsituation erläutern, ich bin also häufiger geblitzt worden, also nicht ich, aber einen Mandanten von uns und die sagen, jetzt wird es langsam brenzlig, wir wollen aktiv dafür sorgen, dass wir nicht mehr so viele Punkte auf unserem Konto haben und so ein bisschen die Schuld abbauen. Ab wann geht das los? Also das ist natürlich möglich, der Gesetzgeber hat da diesen Punkterabatt, dieses Bonussystem eingeführt, dazu bedarf es eben einer freiwilligen Teilnahme an einem sogenannten Aufbauseminar. Das beinhaltet vier Unterrichtsstunden, 135 Minuten, eine Fahrprobe, wird von fast allen Fahrschulen durchgeführt. Also das kann man jederzeit machen. Auch wenn man nur einen Punkt hat? Auch wenn man nur einen Punkt hat, genau. Also es beginnt, vielleicht bei einem Punkt lohnt es sich nicht unbedingt, aber von einem bis acht Punkten kann man vier Punkte abbauen durch so ein Seminar. Das ist gestaffelt, von neun bis 13 Punkten in Flensburg kann man zwei abbauen. Das sind so die Stufen, die da eingebaut wurden. Je höher man in der Punkteregion sich aufhört, desto weniger kann man abbauen. Das heißt, wenn ich bis acht Punkte habe, dann lohnt sich so ein Seminar besonders, weil ich dann nämlich direkt vier Punkte abbauen kann und bin dann, wenn ich sage, ich hätte acht Punkte, mache so ein Seminar, komme ich auf vier Punkte runter. Genau, das ist derzeit erstanden. Das ist aber nicht vergleichbar mit dem landläuflich bekannten Idiotentest, den wir auch noch haben. Nein, das ist was anderes. Nein, das ist wirklich was komplett anderes. Das läuft auch unter anderen Voraussetzungen. Das Abbauseminar ist wirklich nur dafür gedacht, Punkte abzubauen. Vier Stunden, 135 Minuten, vier Unterrichtsstunden, 135 Minuten ist jetzt nicht die Welt. Nein. 200 Euro auch nicht. Ist auf jeden Fall, wenn man sich schon so hochgepunktet hat. Wenn man Berufskraftfahrer ist oder aufs Auto angewiesen ist. Genau. Ist das durchaus eine sinnvolle Maßnahme, ja. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, nur einmal in fünf Jahren. Genau, das ist wirklich sehr wichtig. Man darf das natürlich nur einmal in fünf Jahren machen, ansonsten könnte man ja jedes Jahr hingehen und sagen, so, und jetzt baue ich nochmal vier Pünktchen ab und im nächsten Jahr nochmal. Also, das ist nicht Sinn und Zweck. Vielleicht noch was. Warum könnte, das kannst du vielleicht auch erläutern, ein Abbau genau jetzt sinnvoll sein? Es steht ja bald eine Punktereform an. Genau. Es ist ab Mai 2014 greift ja die neue Punktereform und da ist noch nicht geklärt. Also diese Abbauseminare wird es nach wie vor geben. Okay. Aber es ist noch nicht abschließend geklärt, wie viele Punkte man da abbauen kann. Während derzeit weiß man, bis acht Punkte kann man vier Punkte abbauen, ja. Da sollte man dann wirklich ein bisschen taktisch drangehen und überlegen, wann es Sinn macht, dieses Seminar zu machen. Vielleicht noch vor Mai 2014. Okay. Würdest du sagen, ab einem bestimmten Punktestand soll man immer abbauen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde da vorher tatsächlich Rechtsanwaltlichen Rat in Anspruch nehmen, weil man an dieser Stelle immer taktisch vorgehen muss. Wir benutzen nämlich auch das Aufbauseminar als Mittel, um ein Fahrverbot beispielsweise zu umgehen. Und wenn man es dann schon verbraucht hat? Wenn man es dann schon verbraucht hat und das liegt drei Jahre zurück, dann kann ich das in meinem Verfahren nicht mehr verwenden. Alles klar. Also von daher sollte man da vorher einmal anrufen. Einmal anrufen. Okay, tut das bitte. Falls ihr geblitzt worden seid, zu viele Punkte auf dem Konto habt, besprecht mit Rechtsanwältin Tatjana Offanarko, wie man jetzt taktisch vorgehen soll, ob Punkte abgebaut werden müssen oder nicht. Und wir geben euch Tipps und sagen euch, wie man den Lappen möglichst lange behält. Einstweilen. Danke dir Tatjana. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.